Richtig kalt heute, ne? Es war heute auch so kalt. Catcher ready. Und dann sind wir startklar, Leute. Das ist nur ein Köder, der jetzt hier noch die Wände bringt, ne? Oh, da ist er. Nein! Da war er, ey. Vor den Füßen kommt er da angeschossen, Alter. Aber er hat ihn nicht gespürt. Da ist er. Nur in der Unterlippe. Da ist er, Leute. Kleiner Hechti. Oh, da ist er. Der ist gut, Josch. Boah, guter Hecht, Josch. Gut, Paik. Schöner Paiki, Paik. Ab ihn. Unterm Steg, Josch. Unterm Steg, Alter. Da ist er. Schöner Hecht, ne? Fett ist er.